So, wie im Vorgespräch angesprochen, möchte ich jetzt aber zu Reddit Austria kommen, weil die Kollegen haben mir, also die User dort, haben mir heute ein paar Fragen mitgegeben ins Gepäck für Sie. Und das ist jetzt sozusagen Ask Me Anything, also eine AMA, wo alle möglichen Fragen an Sie gestellt werden. Das sind nicht zu viele. Die erste ist, wie ist Ihre Haltung zu den geplanten Einschränkungen in der Freiheit des Internets und was planen Sie, um diese Freiheiten für die Bürger zu erhalten? Also da geht es wahrscheinlich um Artikel 13. Ja, also wir haben heute in der Delegation der ÖVP ausführlich darüber diskutiert, weil auf der einen Seite es natürlich notwendig ist, dass wir die Urheberrechte schützen. Die Urheberrechte sind heute mehr geschützt im Printbereich, die kreative Wirtschaft ist mehr geschützt außerhalb des Netzes als im Netz. Es ist daher legitim, dass Musiker, Künstler, Schriftsteller, dass alle Eigentümer von Kreativität auch im Netz geschützt werden wollen und etwas dafür bekommen wollen, wenn man es nützt und gebraucht. Das andere ist die Frage der Userinnen und User im Netz, YouTube, große Plattformen. Hier geht es darum, die Freiheit zu erhalten, aber gleichzeitig auch diese Freiheit, dieser Freiheit, dort Grenzen zu setzen, Verantwortung zu übernehmen, wo die Eigentumsrechte anderer betroffen sind. Da sage ich Ihnen, ich bin über den Artikel 11 mäßig und über den Artikel 13 im Urheberrecht nicht zufrieden. Das sind die Achillesfersen im Urheberrecht. Wir sind aber am Ende eines Verhandlungsprozesses. Es geht jetzt nur darum, schaffen wir ein Urheberrecht oder haben wir kein neues Urheberrecht. Diese Fragen User und Provider müssen wir weiterentwickeln. Wie wir uns am Ende bei der Abstimmung Ende März verhalten, werden wir nächste Woche in einer Klausur festlegen. Aber ich bitte um Verständnis dafür, dass Urheberrecht auf der einen Seite geschützt werden muss, im Online- und im digitalen Zeitlang genauso wie im Printbereich. Dass wir aber auf der anderen Seite natürlich auch die User in ihrer Freiheit schützen müssen, aber dass diese Freiheit nicht zulasten der Eigentümer und der Urheber gehen darf. Und diese Nahtstelle Freiheit und Verantwortung dieser Diskussion stellen wir uns soeben in der Politik und versuchen eine Lösung zu finden. Ich habe dazu die Webseite Thingiverse auch abgerufen, weil da hat sich jetzt etwas ergeben. Thingiverse ist eine Webseite, auf der 3D-Druckpläne von, sei es jetzt Star Trek, Star Wars, Batman, verschiedensten durchaus geschützten Copyrights da sind. Das heißt, man kann sich, wenn man möchte, ein Modell von einem Auto genauso dort ausdrucken, wie teilweise ausgelaufene Patente, ein Schweizer Uhrenwerk aus Kunststoff, ihr habt es immer an 3D-Gruppen zu Hause, sind solche Plattformen, wo ja natürlich eine Kreativität entsteht, weil da überlegen sich junge Leute oft einmal, die dann vielleicht ein Ingenieurstudium anfangen, sie sehen etwas im Fernsehen, sie bauen das nach und machen hier sozusagen das, was die Amerikaner als Bootlag bezeichnen. Sind solche Plattformen genauso betroffen und wird hier sozusagen der Kreativität durch den Artikel 13 nicht ein Riedel vorgeschoben? Ja, der Punkt ist, das sind ja die Erzeuger, das sind ja die Producer. Die große Frage ist, was... Das sind eigentlich die Kopierer der Producer, wenn man ehrlich ist. Und daher genau, sie zeigen ein Beispiel auf, wo man genau aufpassen muss. Und es geht hier darum, auch klarer zu definieren, wer betroffen ist, weil derzeit wird zum Beispiel dem privaten Gebrauch ein Persilschein gegeben und das heißt, es geht nur um den Business-Bereich. Wo ist die Trennung? Auf der anderen Seite steht drinnen, dass die Satire nicht betroffen ist, aber anderes betroffen ist. Wo beginnt Satire, wo endet Satire? Derzeit sagen viele, es ist die Frage, dass die Kleinen nicht betroffen sind, nur die Großen. Wo ist die Grenze zwischen klein und groß? Das sind alles Fragen, die zu wenig klar definiert sind. Aber sie zeigen natürlich mit diesem Beispiel auf, dass auf der einen Seite kopiert wird, auf der anderen Seite mit der Kopie schon Geschäft gemacht werden kann. Würde ich jetzt so nicht sagen. Sie haben es so vereinfacht, wir haben es nicht zu sagen, aber der Spannungsfeld haben Sie ja richtig aufgezeigt. Und diesem Spannungsfeld muss sich die Politik stellen, weil sonst die Nahtstelle zwischen Verantwortung und Missbrauch eine ist, die immer zu Lasten beider Seiten geht. Und um diese Debatte geht es. Ich habe jetzt die Modelle nicht da, aber ein geplanter Gesprächspartner ist noch Martin Sonneborn, den habe ich externe Titanic ausgedruckt. Und wer will mich da jetzt sozusagen dann klagen, wenn ich jemandem aus Spaß eine Titanic schenke, die ich auf meinem 3D-Drucker gedruckt habe. Also ich glaube, man muss wirklich da die Unterscheidungslinie ziehen. Man muss das ziehen und das Thema ist auch nicht final bearbeitet. Definitiv. Nächster Punkt. Was sind Ihrer Meinung nach die Top 3 großen Entscheidungen im Sinne von Abstimmungen? Nicht Sachen, wo erst die Planung beginnt, bei der die EU in den nächsten Jahren gefordert ist, also die für die EU anstehen. Die Fertigstellung einer europäischen Migrationspolitik, des Migrationspakts, die Fertigstellung des Asylpaketes, die stärkere gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik und Investitionspolitik und der Klima- und Umweltschutz. Das sind nur einige Bereiche, wenn Sie es kurz haben wollen. Wir sind noch nicht fertig, die Lehren aus den Migrationsströmen und Flüchtlingsbewegungen zu ziehen, ausreichend. Wir haben noch nicht alle Lehren gezogen aus der Finanzkrise und den Sozialkrisen in vielen Mitgliedstaaten. Und wir stehen vor einer großen globalen Herausforderung im Bereich Klima, Digitalisierung. Das sind wesentliche Eckpunkte, die wir in der Europäischen Union, das sind große Brocken, verstärkt zum Thema machen müssen und wo wir weitere Schritte setzen sollten. Wie fühlt sich das an, wenn man jahrelang anständige Politik in Europa macht und dann trotz eigener Kandidatur eine Konkurrentin aus der eigenen Partei vorgesetzt bekommt? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich habe 2009 die Wahl gewonnen und bin Nummer 1 der österreichischen Volkspartei geworden. Ich habe 2014 die Wahl gewonnen und war Spitzenkandidat und ich bin 2019 wieder Spitzenkandidat der österreichischen Volkspartei und seit 2006 mit kurzer Unterbrechung ihr Delegationsleiter. Ich leite ein Team und hoffe, dass ich mit diesem Team weiterhin erfolgreich Österreich in einem starken Europa vertreten kann und Europa besser machen kann. Dazu gefragt, weil das bezog sich eindeutig auf Caroline H. Stadler, wie wichtig ist es Ihnen, dass ein Politiker unbestechlich bleibt? Sehr wichtig. Korruptionsfreiheit, Unbestechlichkeit, Transparenz, Glaubwürdigkeit sind Voraussetzung für Vertrauen. Und abschließend aus der AMA noch, warum sind Sie noch nicht aus der ÖVP ausgetreten? Wie ist die Ermöglichung der FPÖ als Koalitions- oder Regierungspartei mit christlichen Werten vereinbar? Die Koalition fußt auf einem gemeinsamen Regierungsprogramm. Sie war die einzig mögliche Zusammenarbeit, um regierungsfähig in Österreich zu sein. Leider hat sich die SPÖ Koalitionsgesprächen verweigert und ging sich ÖVP und NEOS gemeinsam mit Grün nicht aus, weil die Grünen ausgeschieden sind, sodass die Regierungsfähigkeit statt Neuwahlen einen hohen Wert hat. Das Entscheidende ist das Regierungsprogramm. Für die FPÖ führe ich mit der FPÖ eine sehr starke Auseinandersetzung, weil sie hier ihr wahres Gesicht zeigt und in einer Fraktion sitzt mit Rechtspopulisten und Rechtsextremen, die ein anderes Bild von Europa haben als ich, die eher nicht die Zusammenarbeit fördern, sondern den Nationalismus und den Egoismus, die die Europäische Union nicht weiterentwickeln wollen und besser machen wollen, sondern spalten, schwächen und zerstören wollen. Diese Auseinandersetzung führe ich und für politische Debatten benötigen wir. Menschen sind unterschiedlich, haben auch unterschiedliche Meinungen. Dafür lebe ich. Aber das Gleiche ist auch in der Demokratie, dass man Mehrheiten finden muss, dass man sich durchsetzen können muss. Und ich wirke mit, in Österreich Nummer 1 zu werden und mich durchsetzen zu können und in Europa Nummer 1 zu werden und Einfluss haben zu können. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.